ab einer gewissen stelle im spiel könnt ihr bei baldur skate 3 gedankenschinder parasiten freischalten die ihr euch selbst ins gehirn pflanzen könnt um euren charakter noch stärker zu machen heute zeige ich euch wie das ganze funktioniert welche entscheidungen ihr treffen müsst um die parasiten für euch zu nutzen um euren charakter noch stärker zu machen die könnt ihr euch dann nämlich hier selber ins hirn einpflanzen und das gibt euch gewisse vorteile lasst also gern mal ein däumchen hoch oder auch ein abo da wird mich riesig freuen und los geht's mit dem video sobald ihr das erste mal auf euren schutzpatronen trefft habt ihr nämlich die möglichkeit euch dafür zu entscheiden euer wahres potenzial zu verfältigen und da könnt ihr natürlich wählen dass ihr die gedankenschinder parasiten annehmt sobald ihr das macht sind diese parasiten fähigkeiten tatsächlich für euch freigeschaltet und ihr könnt dann in der welt von baldur skate 3 beziehungsweise habt auch schon öfters parasiten gefunden und wie genau ihr die bekommt zeige ich euch hier auch noch mal im video und zwar ist das folgendermaßen wenn ihr ein parasit habt seht ihr das oben rechts am bildschirmrand da klicken wir einmal drauf und sie seht dann euer gehirn und könnt dort dann ein parasiten quasi einpflanzen um euch verschiedene buffs und stärkungen zu geben die euch eben im kampf helfen und euren charakter stärker machen das könnt ihr übrigens auch für alle anderen charaktere freischalten da müsst ihr sie nur davon überzeugen dass sie eben auch diese parasiten nutzen um ihre kräfte um ihr wahres potenzial zu entfalten ja und diese parasiten können wir wirklich überall in der spielwelt finden teilweise liegen die auch einfach hier rum wie hier auf einem operationstisch beim druiden ein quasi da können wir die einmal mitnehmen und können uns die dann entsprechend natürlich einpflanzen es gibt aber auch noch viel mehr parasiten und zwar erkennt ihr immer daran wenn jemand ein parasit hat dass eure aura des parasiten quasi leuchtet das sehen wir hier noch mal als beispiel ihr merkt dass wenn wenn diese aura angeht dass euer gegenüberliegende gesprächskamerad quasi auch einen solchen parasiten in sich hat und wenn ihr diesen gegner dann euch dafür entscheidet den gegner zu töten dann erhält erhaltet ihr natürlich sein parasiten wenn ihr den gegner blutet und könnte den dann wieder für eure zwecke nutzen wir sind die ganzen auswirkungen davon noch nicht so ganz bekannt ob man wirklich davon nachteil im endgame hat wenn man hier sich ein haufen parasiten im kopf rein knallt das weiß ich leider tatsächlich bisher noch nicht aber bisher hat für mich noch gar keine nachteile gebracht also es ist noch nicht so dass irgendwie ein großer negativer effekt dadurch entstanden ist für mich war es immer nur positiv diese parasiten ins gehirn zu pflanzen weil man eben wirklich sehr sehr viele buffs und stärkungen dadurch bekommt die einen charakter schon ordentlich hoch pushen können und wie gesagt könnt ihr das auch auf eure anderen teammitglieder anmelden anwenden sofern ihr diese quasi davon überzeugt hat auch die parasitären kräfte zu nutzen ja freunde und das war es eigentlich auch schon fürs video also wie gesagt parasiten liegen überall rum ihr müsst euch nur dafür entscheiden diese frei zu schalten wenn ihr die freigeschaltet habt könnt ihr sie euch einpflanzen dadurch stärkere buffs quasi ja für euren charakter rausholen es ist natürlich euch immer frei überlassen ob ihr euch wirklich dafür oder dagegen entscheidet wie gesagt ich habe dadurch noch gar keine nachteile spüren können und bin jetzt auch schon ja so in der mitte des games angekommen und muss sagen das finde ich eigentlich eine ziemlich coole sache und ja aber wie immer bleibt euch natürlich selber frei überlassen und so funktioniert das mit dem parasiten wichtig ist halt wenn ihr das erste mal euren schutzpatronen trefft dass ihr das dann annimmt und euch dafür entscheidet diese kräfte in euch euer potenzial quasi zu erwecken ja leute falls sie noch fragen dazu hat schreibt gerne in die kommentare ansonsten euch noch viel spaß im baldos gate 3 däumchen hoch und abo nicht vergessen würde ich mich riesig freuen und bis zum nächsten mal macht's gut adios und ciao abo nicht